Ja, wir haben uns mächtig amüsiert. Woher kommst du eigentlich? Vietnam. Also ich bin hier geboren, aber meine Eltern kommen aus Vietnam und ich fühle mich wie eine Vietnamesin. Xin cha buong hoi andan. Echt, ja? Spannend. Grüß Gott. Deutsch. Aber die Schuhe muss ich nicht ausziehen, oder? Deutsch. Bundesrepublik Deutschland. Ah, Deutschland? Ja, das bin ich. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Grüß Gott.